Ab zur Aufnahme. Fragen bis der Arzt geht. Ich bin hier heute im Diakovera Anna Stift und wir sind mit unserem Team erstmals bei einem orthopädischen Eingriff dabei. Neben mir steht Prof. Dr. Henning Windhagen. Er ist der Klinikdirektor und Chefarzt hier im Zentrum für Endoprothetik und wir dürfen heute bei einer Knie-Total-Endoprothese dabei sein. Erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Prof. Windhagen, dass wir heute dabei sein dürfen. Wir haben natürlich vorher ein bisschen recherchiert und knapp 200.000 Eingriffe dieser Art finden jährlich in Deutschland statt. Sozusagen eine Standardoperation für uns als Team was ganz Besonderes, weil wir bisher minimal invasive Eingriffe begleitet haben. Also für uns ist so eine offene Operation tatsächlich mit ganz viel Aufregung verbunden. Für Sie Routine. Vielleicht sagen Sie einfach mal kurz, was ist genau eine Knie-Total-Endoprothese, kurz Knie-Tab und wann eignet sie sich für den Patienten? Guten Morgen. Wir sind hier in einem Operationssaal im Anna Stift und da drin liegt unser Patient und der hat extreme Knieschmerzen. Da ist die Oberfläche vom Knie innen verschlissen. Also der Knorpel ist weg und er kann nicht mehr laufen. Und was wir machen ist ein sogenannter Oberflächenersatz. Man nennt das eine Knie-Total-Prothese. Es ist aber eigentlich mehr eine Überkronung des Knies. Werden wir gleich alles sehen. Und das wird wie gesagt ja sehr häufig in Deutschland gemacht, weil viele Patienten Arthrose haben. Bei uns, wir sind eine Spezialklinik für solche Eingriffe. Da wird das natürlich jetzt sehr häufig gemacht und wir werden gleich sehen, wie es geht, weil wir machen das sehr individuell. Das heißt, das wird an den Patienten angepasst und wir arbeiten mit einem Roboter, um das höchst präzise zu machen und das zeigen wir gleich alles. Sie haben ja gerade das Stichwort Arthrose genannt. Das ist also sozusagen die Hauptursache, mit der die Patienten zu Ihnen kommen oder welche Beschwerden können sonst noch vorliegen, dass sich so ein Eingriff eignet? Ja, also die Knieprothesen werden bei Arthrose eingesetzt. Aber die Ursache für Arthrose kann verschiedene Dinge sein. Das kann einmal ganz normaler Verschleiß sein. Das kann auch durch Unfälle sein. Das kann auch durch Knochenerkrankungen kommen. Aber das häufigste ist einfach Verschleiß durch sozusagen langjährige Nutzung des Knies. Und wann würden Sie konkret so einen Eingriff in Betracht ziehen? Also auch wenn es Standard ist, ist es natürlich schon ein Eingriff und auch kein kleiner. Und wann eher nicht? Ja, das ist wichtig, dass man genau weiß, dass die Arthrose am Anfang Meldebeschwerden macht. Aber irgendwann wird sie so, dass sie einem im ganzen Leben irgendwie belästigt. Man kann nicht mehr schlafen, man kann keinen Sport mehr machen, man kann auch nicht mehr überhaupt ein paar hundert Meter gehen. Und wenn man dieses Stadium erreicht hat und wenn vor allen Dingen keine Spritzen und keine Schmerzmittel und kein Physiotherapeut mehr hilft, dann ist das die optimale Maßnahme, um wieder ein normales Leben führen zu können. Ja, Sie sind bereit und in den Startlöchern, wenn wir hier durchgucken, das gesamte OP-Team auch. Ich würde sagen, wir gehen rein und wir begleiten Sie. Auf geht's. Guten Morgen zusammen. So, was wir jetzt hier sehen, das ist ein Setting in einem Operationssaal und das ist sehr hochspeziell. Wir sehen Profis, die einen Roboter bedienen. Wir haben das Team mit den Assistenten und den Instrumentierenden und wir haben unseren Patienten. Alles ist hochsteril abgedeckt. Man sieht da hinten auch schon den Roboter, man sieht die ganze Technik, man sieht hier die Prothesen, die als sozusagen als Probe eingesetzt werden. Und wir gehen da jetzt erstmal ran und werden uns zum Knie so langsam bewegen und werden das mal präparieren. Und dann werden Sie sehen, wie das Ganze geht mit der Kalibrierung und wie der Roboter dann sozusagen unsere Planung da reinfräst. Und wie wir die Planung machen, das zeigen wir gleich auch noch am Computer, ja? Dann legen wir los. Gut. So, also eine Besonderheit der Roboterchirurgie ist, dass man eine Verbindung vom Patienten zum Roboter schaffen muss. Und das wird über sogenannte Sensoren gemacht, die wir hier einsetzen. Weil der Roboter muss ja irgendwo erkennen, wo das Skelett ist. Und das wird über diese Mechanik gemacht, die wir jetzt hier zeigen. Was haben Sie da jetzt eingesetzt? Da setzen wir einen Pin und ich zeige Ihnen gleich, da kommt so ein Sensor drauf. Der Roboter hat nämlich eine Kamera und die Kamera wird gleich eine von diesen Sensoren erkennen. Und dadurch ist sozusagen die Verbindung zwischen dem Patienten und dem Computer geschaffen. Und das machen wir jetzt hier gerade. So, man sieht, wie viel Flüssigkeit in so einem Knie ist, wenn das sehr kaputt ist, ne? Das ist alles Synovialflüssigkeit. Sie hat zu den Beschwerden im Vorfeld im Knie geführt? Ja, das sind diese Schwellungszustände, die dann im Knie sind, ne? So, was man jetzt hier sieht, das ist, wie der Knorpel völlig abgeschliffen ist. Das kann man an der Stelle erkennen. Das heißt, in diesen Hauptbelastungszonen, da ist überhaupt kein Knorpel mehr vorhanden, ne? Okay, dann gucken wir mal nach oben. So, dann machen wir den Markierungspunkt. So, was jetzt hier manchmal so ein bisschen Dampf, das ist Blutstillen, ne? Dass wir also im Grunde genommen so kleine Blutgefäße mit dieser Technik so ein bisschen okkludieren können und dann blutet es gar nicht stark. Gut, dann gehen wir mal zum Kalibrationsprozess. Das heißt, wir müssen jetzt das Knie mit dem Roboter verbinden. Und das geht über die Kamera, die die Sensoren sieht. Dann fangen wir an, das Knie sozusagen einzulesen. Wo muss man sich das vorstellen, ne? So, Sie sehen jetzt jede Menge Punkte auf dem Bildschirm und die müssen mit dem, sozusagen mit dem Knochen und der Oberfläche gematcht werden. Und das machen wir jetzt durch diesen Einleseprozess. Und unser System hat ja ein Modell des Knochens und das matcht jetzt diese beiden Verhältnisse, um genau zu wissen, wo, was am Körper ist. Also das Ziel des Ganzen ist jetzt, dass wir im Grunde genommen die Knochen und die Oberflächen so in den Computer einlesen und dass der dann zusammen mit dem Computertomogramm, was er hat, ein genaues Modell vom Patienten erstellen kann. Und dann können wir die ganze Operation am Computer planen und hinterher dann nur noch übersetzen. Eine Knieprothese, eine TEP, das ist ja nicht, dass man das Knie rausnimmt und was dazwischen macht. Das gibt es auch für sehr komplizierte Fälle. Aber in solchen Fällen, wo nur die Oberfläche zerstört ist, da macht man eine Art Plombe. So muss man sich das vorstellen. Das ist ein 8 mm Metallstück aus sehr hartem Metall. Und das wird im Grunde genommen wie eine Überkronung auf das Knie gesetzt. Und die Position, die ist dafür entscheidend und das Gelenkspiel, damit man hinterher ein perfekt funktionierendes Knie hat. Und das ist höchst Präzision, weil da kommt es auf einen Millimeter an. Und dafür haben wir diese Maschine, damit wir das jetzt perfekt platzieren können. Und dieser Prozess ist jetzt der nächste. Da können wir schon dran sehen, was alles an dem Knie nicht so stimmt und zeigen, wie in jeder Ebene sich das Knie verhält. Und Sie sehen mit grün und blau schon die beiden Komponenten, die wir da jetzt einbauen. Und dann schauen wir noch mal, wie es jetzt so funktioniert. So wird es doch dann mal werden. So, was wir jetzt machen, das ist, dass wir im Grunde genommen am Computer den Fall lösen. Das heißt, wir stellen jetzt die Position der Prothese so ein, dass die ganzen Balancierungsparameter stimmen. Das heißt, das Gelenkspiel, das wird jetzt anhand dieser Zahlen eingestellt. Geben wir doch die Tibia noch einen hoch. 18, 18, 17, 18 ist doch wunderbar. Das würde ich nicht so eng nehmen. Nein. Wird eigentlich im Vorfeld der OP eine Justierung auch schon sozusagen in Theorie angelegt? Es gibt eine Grobplanung. Es gibt eine Grobplanung. Dann wäre es mal die Größen und alles. Ja. Und jetzt kommt anhand des Gelenkspiels, was ich jetzt abgenommen habe, kommt die Feinplanung. Weil Sie das ja erst jetzt eigentlich sehen, wenn Sie das vor sich haben. Und ist das dann sehr abweichend zu dem, was Sie im Vorfeld schon vermessen haben? So zwischen ein und zwei Grad. Solche kleinen Dimensionen sind das. Okay. Und hier ist jetzt aber tatsächlich, wenn Sie dann von den 17 oder 19 sprechen, so ein Millimeter wirklich entscheidend. Entscheidend. Das macht es aus zwischen, weil das Knie darf nicht zu steif sein und nicht zu locker. Das muss genau dazwischen sein. Und da fragt man sich dann auch immer, wie man das ohne Roboter hinkriegt. Seit wie vielen Jahren wird denn diese robotergestützte Technik im OP überhaupt eingesetzt? Also wir machen das schon jetzt seit sechs, sieben Jahren. Wir sind mit die Ersten gewesen in Deutschland, die es gemacht haben und haben das auch so ein bisschen mitentwickelt. Und das ist jetzt schon sehr in der Routine angekommen. So, was man also hier sieht, das sieht tatsächlich aus wie so ein Roboter. Und an dem ist eine bewegliche Säge hier. Und die hat ein sehr, sehr dickes Sägeblatt, viel dicker als man das sonst kennt. Und damit die nicht so schlägt, ist die eben an diesem Roboterarm aufgehängt. Und so muss man sich das vorstellen, dass gleich der Roboter im Grunde genommen mir hilft, zu kontrollieren, wo ich her säge. Und diese Sägeschnitte sind im Computer vorgegeben. Und damit kann im Grunde genommen jetzt so eine Operation sehr unkompliziert durchgeführt werden. Der Roboter ist nicht automatisch. Wenn ich jetzt sozusagen den Arm in diese Ebene hier bringe und den Knopf drücke, dann sieht man, wie er automatisch eine Art Anfangsposition einfährt. Das ist wie so ein Flugzeug, was sich am Landeanflug befindet. So, und in dem Moment, wo ich jetzt da bin, da kann ich jetzt einfach loslegen und kann eigentlich nichts mehr falsch machen. So, und man sieht, ich kann jetzt relativ einfach und ohne große Sorgen das Ganze absägen und habe aber immer noch die eigene Kontrolle. Das heißt, wenn mir irgendwas auffällt, was der Roboter nicht machen soll, dann kann ich anhalten. Das ist der Unterschied zwischen einem automatischen Roboter. Wenn man auf den Bildschirm guckt, da sieht man so eine grüne Linie. Ich kann gar nicht außerhalb dieser Linie sägen, da hält der automatisch an. Das heißt, der gibt mir automatisch vor, was ich jetzt so zu tun habe. Aber es ist sehr sicher, weil ich meine eigene Kontrolle habe und den Roboter. Das ist ein sehr harter Knochen, da muss die Maschine richtig arbeiten. Ich fräse tatsächlich nur das aus, was innerhalb der grünen Umgrenzung ist. Eine virtuelle Grenze und ich kann gar nichts falsch machen. Das ist diese unglaubliche Sicherheit, die da jetzt so kommt. Man sieht eigentlich auch, wie eigentlich relativ schonend das Ganze operiert wird, weil man mit der Säge gar nicht mehr in die Weichteile kommt. Das sind dann aber wahrscheinlich auch wirklich gravierende, positive Veränderungen für die Patienten, seitdem sie diese robotergestützte OP-Methode anwenden, oder? Ich würde sagen, gravierend ist es nicht. Aber es ist in vielen Details besser, ja. Das, was Sie jetzt machen, ist wirklich das, was auch immer noch dem Operatoren vorbehalten ist. Genau, das ist jetzt im Grunde genommen das, was auch bei jeder klassischen Operation stattfinden muss. Alles macht der Roboter noch nicht. Jeder Patient hat ja eine bisschen andere Beinachse und das haben wir jetzt hier einfach nachgearbeitet. Was wir machen ist, wir arbeiten ja mit ganz normalen modularen Prothesen. Also die Methode mit Standard, sozusagen Standardkomponenten, individuell zu operieren, das ist das Beste. So, und das ist jetzt unsere Probekomponente und der Sechskantschnitt, der ist jetzt exakt so wie geplant hier drin und damit wird die Oberfläche rekonstruiert. Das ist im Grunde genommen wie beim Zahn, auf den man eine Plombe setzt. Und diese Präzision ist so groß, dass ich es im Grunde genommen fast drauf drücken kann. Wenn man das manuell operiert, muss man es zum Teil richtig hämmern und hier sieht man, dass das perfekt sitzt. Das ist also die Roboterpräzision. Auf den Millimeter. So, und da sieht man, wie gut das Ganze schon sitzt. Ein bisschen einmal einen Hammer nochmal. Sitzt gut, ne? Direkt da. So, und jetzt ist das, was wir auf dem Bildschirm sehen, ist im Grunde genommen jetzt hier drin. Und jetzt können wir genau testen, ob das alles so stimmt. Und auf einmal ist wie durch Magie das Knie gerade. Es hat genau diese richtige Laxität, so ein, zwei Millimeter. Und was man jetzt sieht, er hatte ein starkes O-Bein und hat einen Hauch behalten, weil das eine natürliche Form einer Beinachse ist. Was macht das Anna Stift in seiner Expertise in Behandlung der Kniearthrose so besonders? Ja, also wir machen sehr viele. Wir machen eine sehr hohe Fallzahl, weil wir im Fachkrankenhaus sind. Aber als Universität forschen wir auch viel und können selber immer ein bisschen besser bewerten, weil wir ein Ganglabor haben und eine Biomechanik-Institution. Wir können viel besser bewerten, was da jetzt dran funktioniert und was nicht. Es ist ja nicht so, dass automatisch immer alles, was man so bekommt, das Perfekte ist von der Industrie. Man muss das schon bewerten. Das heißt, mit den eigenen Patienten wird dann auch gegebenenfalls noch eine Forschungsstudie fortlaufend auch begleitet? Ja, ich glaube, das ist völlig ohne Risiko für den Patienten. Aber es ist so, dass wir einfach durch die Fallzahlen und diese kontinuierliche Bewertung, die Nuancen daraus arbeiten können, die man sonst nicht erfährt. Das ganz Entscheidende ist halt einfach das Gelenkspiel. Und das kann man mit so einem Roboter so fein einstellen, dass man da im Grunde genommen dann fast immer den perfekten Wert erzielt. Man muss ja auch verstehen, es gibt ja die Patienten, die auch mit sozusagen etwas laxeren Knien gut zurecht kommen, weil die das muskulär stabilisieren können. Aber es gibt eben auch die, die das nicht können. Und wenn alle optimal eingebaut wird, dann ist einfach die Rate von den zufriedenen Patienten am höchsten. So, man sieht also jetzt hier, wie diese letzte modernste Generation von den Implantaten konstruiert ist. Man sieht also, die Rückfläche ist also eine ganz raue Oberfläche und da wächst der Knochen wunderbar ein. Das ist also jetzt die allerneuste Generation von diesen zementfreien Implantaten. Es hat eine sehr, sehr hohe Primärstabilität und wächst zusätzlich noch ein. So, am Femur sieht man das auch. Das ist aus ganz harten Chromkobalt und man sieht dann diese kalzifizierte Hinterfläche. Da ist richtig Kalzium aufgesprayt, damit der Knochen gut anwächst. Kann es denn trotzdem zu Abstoßungsreaktionen kommen? Also Abstoßungsreaktionen in dem Sinne gibt es eigentlich nicht so. Es gibt manchmal Allergien. Da haben wir dann noch Prothesen, diese Prothesen, die mit einem Überzug sind aus Titanen. Aber es ist schon besser, wenn man die Prothesen hat, die ohne diesen Überzug sind, weil das dann das härtere Material ist. Muss sich denn der Patient eigentlich nach so einem Eingriff sehr schonen oder wie schnell? Der steht heute auf. Der steht heute noch auf? Der steht heute auf und läuft seine ersten Schritte. Okay. Und der ist auch nur ein, zwei Tage bei uns. Und dann geht es schon in die Reha. Und wie schnell kann er das dann alles wieder so belasten oder auch Dinge machen, die vorher gar nicht mehr möglich waren? Also nach vier Wochen fährt der Auto. An Gehstützen geht er auch so drei, vier Wochen. Darf aber gleich voll belasten, aber damit man so die Balance hat. Die Wunden und die Narben brauchen so drei, vier Wochen. Zwei bis vier Wochen. Und nach sechs Wochen fängt das Krafttraining an. So, das hat sehr gut geklappt. Ja. Also das ist eigentlich genau, wie man sich das vorstellt, dass das Gelenkspiel, wie es früher bei den Patienten mal war, dass man das so rekonstruieren konnte. Da musste man so ein bisschen die Kapsel medial noch lösen. Aber insgesamt hat er jetzt exakt das Bein, was er so vor 30 Jahren mal gehabt hat. Ist das eigentlich was, was bei dem anderen Bein theoretisch auch gemacht werden sollte, um so einen Gleichklang herzustellen? Oder reicht es dann auch wirklich an dem einen Knie? Ne, man versucht im Grunde genommen das Knie, was operiert wird, wieder auf den früheren Zustand zu bringen. Der Mensch kann schon eine Menge kompensieren. Das merkt man ja, wenn die Patienten dann obereiniger werden. Das geht ja schon recht lange. Aber es kommt einfach auf die Gewebsspannung an. Und die Bänder sollen ja nicht verändert werden. Und man möchte die Bänder auch nicht durchschneiden, weil dann hat man ja noch mehr Verletzung. Und dann tut es dem Patienten noch mehr weh. Und das alles so hinzubekommen. Ja, also ich muss sagen, wirklich spannend, spannend und wirklich ein ganz besonderer Tag auch für uns, dass wir das hier so begleiten durften. Und wenn man das so beobachtet, wie martialisch das vom vom Laienauge zugeht und mit wahrem Handwerk. Und man dann aber sieht, wie schnell dieser Patient sich ja auch im Nachgang erholt und wirklich wieder Lebensqualität hat. Also das ist ganz toll. Hohen Respekt vor dieser Arbeit an Sie. Aber Sie merken ja auch, wie ruhig das geht, wie alles funktioniert. Ja, tolles Team. Das ist ein tolles Team und das ist eine Technik, die wir sehr stabilisiert haben. Das ist alles noch viel komplizierter, wenn man damit erstmal anfängt. Das kommt jetzt gar nicht so raus, wie viele kleine Schritte. Und jeder von den Helfern und den Assistenzen und Instrumentierenden, die wissen alle genau, was sie tun, reichen das richtige Instrument. Und wenn das nicht so ist, dann können Sie sich nicht vorstellen, wie anders so eine Operation läuft. Wenn man das jeden Tag eine nach dem anderen macht, dann ist das so eine Routine in so einem Operationssaal und so eine Ruhe und so eine Präzision. Das ist nicht nur automatisch, indem man sich die Maschinen irgendwo hinstellt. Ne, das hat man auch gesehen. Vielen lieben Dank. Die nächste OP wartet schon auf Sie. Deswegen wollen wir Sie gar nicht lange aufhalten. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Danke Ihnen. Gut.